Geschichten über Perfektion und Schuldgefühle Schuld und Erlösung Vor ein paar Jahren kehrte eine junge Australierin in meinem Tempel in Perth ein. Viele Menschen suchen Mönche auf, die ihnen bei der Lösung eines Problems helfen sollen. Das mag daran liegen, dass bei uns guter Rat nicht teuer ist. Wir verlangen schließlich nie ein Honorar. Fürchterliche Schuldgefühle plagten diese junge Frau. Ein halbes Jahr zuvor hatte sie in einem abgelegenen Bergwerksdorf im Norden Westaustraliens gelebt. Die Arbeit dort war sehr schwer, die Bezahlung gut, aber es gab nur wenig Abwechslung in der Freizeit. Eines Sonntagnachmittags schlug sie ihrer besten Freundin und deren Lebensgefährten einen Autorausflug in den australischen Busch vor. Die beiden hatten überhaupt keine Lust und lehnten zunächst ab. Aber weil sie nicht allein losziehen wollte, redete die junge Australierin so lange auf ihre Freunde ein und machte einen solchen Aufstand, dass die beiden schließlich widerstrebend nachgaben und doch mitkamen. Auf einer Schotterstraße geriet das Auto ins Schleudern und es kam zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Freundin der jungen Australierin starb und der junge Mann erlitt eine Querschnittslähmung. Die Frau, die die beiden anderen zu diesem Ausflug überredet hatte, blieb unverletzt. Tief traurig erzählte sie mir diese Geschichte. Hätte ich sie bloß nicht so zu diesem Ausflug gedrängt, dann würde meine Freundin noch leben und die Beine ihres Mannes wären in Ordnung. Wie furchtbar, dass ich die beiden zum Mitkommen überredet habe. Ich fühle mich entsetzlich schuldig. Als erstes kam mir in den Sinn, ihr zu versichern, dass es nicht ihre Schuld war. Sie hatte den Unfall nicht geplant und nicht beabsichtigt, ihren Freunden Schaden zuzufügen. So etwas kann passieren. Da muss man loslassen und sich von Schuldgefühlen verabschieden. Doch dann überlegte ich, wie oft diese junge Frau solche Beteuerungen schon gehört haben musste. Vielleicht hunderte von Malen. Das hatte offensichtlich nichts bewirkt. Also hielt ich inne, überdachte ihre Situation noch einmal und erklärte dann, es sei völlig in Ordnung, wenn sie sich schuldig fühle. Ihr Gesichtsausdruck wandelte sich. Die Trauer machte Überraschung Platz. Danach zeichnete sich Erleichterung ab. Es war ihr neu, dass sie sich tatsächlich schuldig fühlen durfte. Da hatte ich ganz richtig geraten. Überdies fühlte sie sich auch noch wegen ihrer Schuldgefühle schuldig, weil andere versuchten, sie ihr auszureden. Und so plagte sie ein doppeltes Schuldgefühl. Wegen des Unfalls und der Tatsache, dass sie sich an dieser Katastrophe die Schuld gab. Nachdem wir uns mit der ersten Phase ihres Schuldgefühls beschäftigt und festgestellt hatten, dass es in Ordnung war, sich so zu fühlen, konnten wir den nächsten Schritt tun. Was kann man gegen solche Schuldgefühle unternehmen? Da kommt uns eine alte buddhistische Weisheit sehr gelegen. Entzünde lieber eine Kerze, als dich über die Dunkelheit zu beklagen. Klagen helfen uns nicht weiter, wenn wir aus der Erfassung geraten. Wir können immer etwas unternehmen und sei es nur, uns eine Zeit lang einfach ruhig hinzusetzen. Schuld ist etwas ganz anderes als Reue. In unserer Gesellschaft verhängt der Richter ein Urteil über den Schuldigen. Und wenn uns schon kein anderer bestraft, dann übernehmen wir das eben selbst. Tief in unserer Seele ist die Überzeugung verankert, dass wir Strafe verdienen. Die junge Frau brauchte also eine Buße, um sich von ihrer Schuld zu reinigen. Es wäre sinnlos gewesen, ihr zu raten, alles zu vergessen, um ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen. Ich schlug ihr also vor, ehrenamtlich in der Reha-Abteilung eines Krankenhauses zu arbeiten und sich dort vor allem um Unfallopfer zu kümmern. Diese schwere Arbeit würde dazu beitragen, dass ich ihr Schuldgefühl auflöste. Außerdem würden ihr dabei, wie das oft bei ehrenamtlicher Arbeit geschieht, jene Leute helfen, denen sie helfen will.